Was bedeutet Spread und Swap? Spread ist der Unterschied zwischen dem Kaufpreis Ask und dem Verkaufspreis Bid. Spread wird in Pips gemessen. Auf dem Markt gibt es zwei Arten von Spreads, Fixer und Variabler. Fixer Spread Wie es vom Namen angenommen werden kann, ändert sich Fixer Spread üblicherweise abwegig von der Zeit, den allgemeinen Marktschwankungen und der Volatilität nicht. Der Handel mit dem fixen Spread ist bequemer und vorteilhafter für die Kunden, der mehr vorhersehbar und am Entsprechend weniger riskant ist. Variabler Spread Variabler Spread ist ein sich ständig änderter Unterschied zwischen Ask und Bid. Variabler Spread ist eine Markteigenschaft, die vor allem für Zwischenbankbeziehungen typisch ist. Unserer Meinung nach ist Fixer aber genug enger Spread für die Kunden günstiger. Vergessen Sie nicht, dass Sie immer für den Ask-Preis kaufen und für den Bid-Preis verkaufen. Was bedeutet Swap oder Rollover? Der Swap ist das Kosten für Übernachtspositionen. Je höher der Satz der gekauften Währung und je niedriger der Satz der verkauften Währung ist, desto vorteilhafter ist die Übernachtsposition für den Kunden. Beispiele für das Paar USD GPY Vermuten wir, dass wir eine Longposition mit dem Paar USD GPY eröffnet haben und wir wollen keine physische Lieferung dieser Währung. Angenommen beträgt der Interbank Zinssatz für Dollar 2% jährlich und für Yen 3% jährlich. Entsprechend werden wir bei der Übernachtposition negativer Swap in Höhe von 1% jährlich vom Umfang unseres Geschäfts als Unterschied zwischen den Schlüsselsätzen für Dollar und Yen bekommen. In unserem Beispiel verkaufen wir Yen, aber wir verfügen über keinen Yen. Deshalb leihen wir ihn und dafür zahlen wir auch den Haben-Zinssatz. Mit geliehenen Yen kaufen wir Dollar, den wir anderen Trätern leihen können. Für die Dollaranleihe bekommen wir Einkommen. Der Unterschied zwischen dem bekommenen Einkommen und dem ausgezahlten Haben beträgt der Swap. Da wir ohne physische Lieferung spekulieren, so wird unser Geschäft zum nächsten Tag ohne Lieferung verlegt, aber es entsteht Swap. Abonnieren Sie unsere Ausbildungsmaterialien und besuchen Sie unser Ausbildungszentrum online. Untertitelung des ZDF, 2020